Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War 3 Kingdoms. Wir sind hier ganz genau genommen in der Vorschau auf den neuen bald erscheinenden DLC Mandate of Heaven drin, der am 16.01.2020 erscheinen wird und ich habe hier schon mal Vorabzugriff, sogenanntes Early Access von Creative Assembly bekommen und dafür sage ich erst einmal Dankeschön dafür. Ja, wir werden uns hier die neue Kampagne anschauen, die 8 Jahre vor dem eigentlichen Spiel startet. Da können wir gleich schon mal reinklicken. Da sehen wir es nämlich hier unten. Das hier ist jetzt Mandat des Himmels oder Mandate of Heaven und das ist das eigentliche Grundspiel Aufstieg der Kriegsherren. Wir sehen jetzt hier auch schon drei der Dudes, die wir schon kennen, Cao Cao, Liu Wei und Sun Jian und da unten hätten wir dann auch noch den DLC 8 Prinzen. Bevor wir allerdings jetzt hier ins Detail gehen, wollte ich natürlich nochmal sagen, ihr könnt das Spiel oder in dem Fall den DLC für 9,99 Euro bei Steam euch holen. Ich denke, es gibt da auch wie so oft bei Creative Assembly bzw. Sega einen Rabatt, einen Vorbestellerrabatt. Das heißt also, ihr bekommt ein bisschen was im Grunde gespart, wenn ihr es euch vor dem 16. holt. Ihr könnt aber noch ein bisschen mehr sparen, wenn ihr denn wollt. Und zwar geht das über meinen Partnershop Gamesplanet. Ich habe unten in der Videobeschreibung habe ich euch das Ganze verlinkt. Da bekommt ihr nämlich 15% Rabatt drauf. Ich glaube, bei Steam sind es nur 10%. Und wenn ihr dann auch noch meinen Rabattcode Mörbmandat verwendet, dann spart ihr sogar noch weitere 4%. Also ihr zahlt dann statt 9,99 Euro nur noch 8,07 Euro. Das sind fast 2 Euro. Finde ich eigentlich ganz gut. Da kann man sich nochmal irgendwo einen Trink dafür gönnen. Also, falls ihr das tut, liebe Leute, sage ich erstens natürlich vielen lieben Dank dafür. Und zweitens müsst ihr natürlich wissen, ich bekomme eine Provision vom Shop, wenn ihr das tut. Also über meinen Affiliate-Link euch den DLC oder irgendwelche anderen Produkte holt. Aber das dürftet ihr ja bereits schon wissen. Und auch, dass für euch der Preis dadurch nicht steigt, sondern er bleibt halt da unten, weil das ist alles schon im Preis mit drin. So, liebe Leute. Also, wichtige Informationen. Wir spielen hier Mandate of Heaven. Um was geht es bei Mandate of Heaven? Es ist im Grunde der Aufstieg der gelben Turbane. Und ich rede jetzt da nicht unbedingt jetzt hier von He Yi oder von Gong Du. Sondern wir reden hier tatsächlich im Jahre 182 nach Christus von diesen drei Jungs hier. Den Zhang-Brüdern. Zhang Yu, Zhang Yang und Zhang Bao. Das sind drei Brüder, die das Ganze mehr oder weniger initiiert haben. Beziehungsweise eigentlich ist es eher Zhang Yu. Ein Heiler, der sich um das Leid des Volkes gekümmert hat. Den wir aber auch heute nicht spielen werden. Sondern ich werde tatsächlich Zhang Liang hier in diesem Let's Play jetzt hier spielen. Ich sage auch gleich vorneweg. In nicht mehr ganz einer halben Stunde um 16.30 Uhr geht dann das Let's Play Together mit Tante Günner los. Da spielen nämlich Günner und ich dann Zhang Yu und Zhang Bao. Ich werde da Zhang Bao spielen. Ja und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt erstmal hier natürlich einfach mal aus der Sicht von den Jungs hier gleich an. Ich will bloß ganz ganz kurz hier nochmal zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Es gibt auch noch die anderen Charaktere, die zwar im Spiel rumlaufen, aber nicht unbedingt jetzt gleich von uns schon gespielt werden können. Kann gut sein, dass die eventuell noch später dazukommen. Ich weiß es nicht, darüber habe ich keinerlei Informationen. Hier sehen wir noch das Kaiserhaus, das Haus der Han. Das ist noch eine komplett andere Situation. Da haben wir nämlich Liu Hong und Liu Shang als aktuell spielbare Fraktionen. Und bei den drei Reichen sind es interessanterweise auch Cao Cao, Liu Bei und Sun Jian, die man bereits spielen könnte. Aber weil es sich dabei schließlich um die Rebellion der gelben Torbahn handelt, spielen wir die natürlich auch. Ihr könnt das übrigens auch sehen, zu welcher Version des Spiels quasi die Charaktere gehören anhand dieser Zeichen hier. Ihr seht, die unterscheiden sich. Und bei den drei Reichen haben wir dann quasi hier die beiden unterschiedlichen Zeichen dran. Das ist eigentlich eine schöne Übersicht, einfach nur bis man sich daran gewöhnt hat. So, Zhang Liang, wir klicken ihn an. Ja, also das ist jetzt der Charakter, mit dem wir spielen werden. Er ist auf Verteidigung fokussiert, was eigentlich auch ganz, ganz gut ist. Denn er bildet im Grunde so eine Art Metafraktion mit seinen beiden älteren Brüdern. Also mit dem Bao und mit dem Yu, die etwas weiter nördlich sind. Also Liang ist hier quasi so an der Grenze des gelben Flusses mehr oder weniger angesiedelt. Und dem treffen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen so die Hauptaggressoren, weswegen auch seine Startsituation eher als schwer zu bezeichnen ist. Er hat dafür aber auch ein paar sehr, sehr schöne Vorteile, wie ihr seht. Also er macht mehr Schaden beim Verteidigen. Und er bekommt auch hier seine Hauptfraktionsspezialisierung Leidenschaft durch Verteidigen. Also jedes Mal, wenn man im Grunde angegriffen wird, steigt die Leidenschaft, wenn man es erfolgreich verteidigt. Das finde ich an und für sich eigentlich ganz, ganz praktisch. Vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden, wo die Angriffe eigentlich permanent stattfinden. Wichtig zu wissen ist, wir teilen uns diese Leidenschaft mit unseren beiden Brüdern, obwohl die eigenständige Fraktionen sind. Das wird noch mal ein bisschen klarer im Let's Play Together mit Günner. Da werdet ihr es nämlich genauer sehen können, dass Günner und ich uns da komplett denselben Balken teilen. In dem Sinne. Also wir haben da quasi dieselbe Fraktionsmechanik und arbeiten beide an ein und derselben. Das ist sehr, sehr spannend. Insbesondere natürlich, wenn man ein Let's Play Together macht. Oder halt einfach ein Koop-Spiel. Es kann auch funktionieren. Wird aber sicherlich deutlich anspruchsvoller, wenn man das Ganze mit KI verbündeten spielt. So wie ich das jetzt hier tun werde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ganz, ganz kurz noch drauf eingegangen. Also ihr seht, wir machen hier auf Symbriose und Verteidigung. Wir haben hier die sogenannten Tyrannenschlechter. Eine sehr, sehr starke Sturmkavallerie, die auch noch Generäle leicht töten kann. Finde ich sehr, sehr cool. Da hat man endlich mal die Möglichkeit, sich aus Duellen rauszuhalten. Und hier haben wir noch die tapferen Diener des Volkes, die eine gute Rüstung haben, gute Moral und die Fähigkeit ermutigen haben. Darüber hinaus haben wir auch noch Stachelt das Volk an hier als Mechanik. Ja, Verschleiß. Also feindliche Armeen bekommen in unserer Komturei, wenn sie da durchlaufen, mehr Verschleiß. Und sie sind auch langsamer unterwegs. Darüber hinaus verlieren die benachbarten Komtureien auch noch Vorräte durch uns. Aber wir haben selber wiederum weniger Bevölkerungswachstum und auch eine Strafe auf die diplomatischen Beziehungen mit dem Herrn Kaiserreich. Die Details sehen wir dann allerdings im Spiel selber. Wichtig für euch zu wissen ist, ihr könntet jetzt aber auch hergehen, ist quasi jetzt hier auf der Map einfach die Charaktere hier so auswählen, wie ihr seht. Die wollen wir uns jetzt gerade eben gar nicht anhören. Ich klicke jetzt einfach mal ganz, ganz kurz mal auf Optionen, zeige euch quasi, wie wir das Ganze jetzt hier spielen werden. Auch sehr schwer natürlich. Keine Begrenzung. Bewegung der KI-Spieler kann man ausmachen, muss man nicht sehen. Ja, und damit starten wir eigentlich schon. Also wie gesagt, ich wollte euch nur zeigen, dass ihr quasi jetzt hier die Kollegen damit auch jetzt hier auf der Map anwählen könnt. Dann müsst ihr quasi nicht jedes Mal zurückgehen. Also, wir starten im Geschichte-Modus. Denn ich mag das eigentlich persönlich sehr. Ich bin da halt so ein bisschen so gestrickt. Ich mag das mit diesen Überhelden. Hat für mich einfach so einen cineastischen Stil. Mag ich. Also, legen wir los. In allen Ecken des Landes verbreiten sich düstere Gerüchte über das Ende der Haar. In ihrer Kontorei schmieden die Zhang-Brüder Pläne, um die ihrer Ansicht nach korrupte Dynastie zu Fall zu bringen. Ehrgeiz wächst wie Unkraut. Er überwuchert und erstickt alles. Niemand kann der krankhaft süßen Verführung widerstehen. Die Han sind geschwächt. Die Eunuchen reißen immer mehr Macht an sich. Und ein treue Kriegsherrn wittern ihre Chance. Während alle versuchen, ihre Macht zu festigen, plant Zhang Jue sich selbst den Thron anzueignen. Der Kaiser versucht, seine Herrschaft zu sichern. Während Kaiserin und Eunuchen um die Kontrolle des Hofes kämpfen. Um den Frieden steht es schlecht. Und ehe das Schicksal der Dynastie besiegelt ist, fließt gewiss viel Blut. Ja, das wird passieren. Definitiv. Die Han forderten ihren rechtmäßigen Platz mit Stahl und Blut ein. So blieben sie über Jahrhunderte die regierende Dynastie Chinas als erbende Herrschaft der Qin. In den vielen Jahren ihrer Vorherrschaft regierten unzählige Han-Kaiser das Land, von denen jeder die Dynastie auf seine eigene Art führte. Die Herrschaft des aktuellen Kaisers ist allerdings von Unruhen geprägt. Seine korrupten Palast-Eunuchen nutzen ihre Macht zu ihrem eigenen Vorteil, während die Kaiserin mit ihnen um die Kontrolle über den kaiserlichen Hof kämpft. Das Land wird von Hungersnöten und Katastrophen geplant. Das gepeinigte Volk hält sie für Zeichen des Himmels, der über die Han verärgert ist. Andernorts, in der Komtorei Julu, studiert der Heiler Zhangjue mit seinen Brüdern die Bücher des Himmels. Sie halten sich für die Retter des Volkes und die Vorboten des Untergangs der Han. Als sie ihre Botschaft predigen, strömt das angeschlagene Volk zusammen, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es ist Winter im Jahr 182 nach Christus. Die Zhang-Brüder und ihre Anhänger haben ihre Waffen ergriffen und nennen sich nun die Gelben Turbane. Der Kaiser, dessen Hof zerrissen ist, reagiert langsam. Doch die Vasallen der Dynastie erkennen die bösen Vorzeichen. Die Helden treten hervor, die Bühne steht. Das Schicksal der Han und ihres Reiches hängt von der Stärke ihrer Krieger ab. Ja, und damit legen wir los. Also das Wichtige ist, dass wirklich das Han-Kaiser-Reich hier langsam reagiert. Denn wir müssen uns darauf einstellen, dass uns nach einigen Runden das gesamte China den Krieg erklären wird. Also das wird eine harte Nummer, Leute, wenn man die drei Django's hier spielt. So, los geht's. Die Rebellion hat begonnen, Zhang Liang. Das Volk erhört euren Ruf. Hört ihr sie? Ihre Stimmen rufen nach Freiheit. Freiheit von Unterdrückung. Freiheit von Hunger. Ich suche bei meinen Brüdern nach Rat und Unterstützung. Sind wir vereint, kann unsere Sache nicht scheitern. Es gibt nur einen Weg. Unseren Weg. Nichts darf unseren Weg zum Sieg kreuzen. Ihr seid leidenschaftlich, doch eure Sache muss schnell wachsen. Die Han besitzen noch Stärke und werden nicht ewig schlafen. Wir werden das Land bereisen. Das Volk wird sich unserem Marsch anschließen. Eure Zeit ist gekommen. Nur durch eure Hände kann der gelbe Himmel aufsteigen. So, und jetzt sind wir drin. Wir haben jetzt erstmal einige Aufträge natürlich hier, General des Volkes. Wir sollen uns mit unseren Brüdern zu vereinigen, um die Hand zu besiegen. Und wir sollen uns natürlich vorsichtig ausbreiten, denn wir sind von Feinden umringt. Das ist das, was ich schon angedeutet habe. Momentan haben wir noch wenige Feinde, aber das wird sich sehr, sehr bald ändern. Ich lese jetzt gar nicht alles so sehr im Detail vor. Das könnt ihr im Zweifelsfall selber machen. Das sprengt auch den Rahmen. Das mache ich auch wahrscheinlich tendenziell eher im Livestream. Der übrigens heute Abend auch noch stattfinden wird. Also falls ihr hier nochmal eine weitere Fraktion live sehen wollt, kommt einfach auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Der Link dort ist auch ebenfalls in der Videobeschreibung unten vorhanden. So, wer meine Mission erteilt? Zhang Diangs erster Erfolg ist die Wiederherstellung der Ordnung in diesem Land. Ja, wir sollen jetzt hier den gegnerischen General Shen Xi hier besiegen. Dadurch bekommen wir dann 5000 Gold und Leidenschaft. Leidenschaft, das gucken wir uns gleich noch an, ist das hier. Das hier ist die Leidenschaft, unser, ja, dieser Balken, von dem ich gesprochen habe. Wir starten hier auf explosiver Fanatismus und das ist auch der Bereich, in dem wir bleiben wollen. Denn es ist der einzige, der keine echten Nachteile mit sich bringt. Ihr seht hier, wir haben hier einen erhöhten Eifer, fraktionsweit. Eifer ist sehr, sehr wichtig. Das ist das hier, was wir in den Städten sehen können. Das ist im Grunde so die Begeisterung oder der Eifer halt, ne, der Bevölkerung für die Sache der gelben Turbane. Wenn diese, dieser Eifer steigt, der kann bis zu 100 hochgehen, sinkt wiederum quasi die öffentliche Ordnung, wenn diese Ortschaften nicht von uns beherrscht werden, also nicht von gelben Turbanen beherrscht werden. Das heißt, dass eine bestimmte Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Charaktere oder in dem Fall halt die Städte einfach einer Rebellion quasi unterliegen und gelbe Turbanen hier und da überall auf der Welt aus dem Boden ploppen. Dieser Eifer verbreitet sich in benachbarte Gebiete und kann sein, dass dadurch quasi, also ihr seht es jetzt hier quasi, benachbarte Bezirke, Streitkräfte, Wachstum. Also das resultiert halt einfach quasi aus dem benachbarten Gebiet hier. Hier zum Beispiel aus den Charakteren, weil da natürlich auch in dieser Kontorei unser Charakter steht. Und auch wiederum als Effekt aus benachbarten Provinzen durch die Brüder, die wir hier haben. Ich schaue gerade eben extra mal runter schon auf die nächste Stufe. Ihr seht hier, die feurige Entschlossenheit hat jetzt schon Nachteile, weil da nicht mehr jeder mitmachen will. Da sinkt dann auch für uns die öffentliche Ordnung und auch die Nahrungsproduktion. Also für uns wäre es durchaus sehr, sehr wichtig, ihr seht, dass das uns hier nicht passiert. Vor allem auch, weil wir hier 10% mehr Schaden in der Verteidigung bekommen. Das ist jetzt unsere spezielle Fraktionsmechanik. Also jeder der drei Brüder hat da so eine leicht abgewandelte Interpretation dieses explosiven Fanatismus. Umso niedriger das Ganze sinkt, desto mehr Nachteile haben wir halt. Und ich sage es mal so, ab einem gewissen Punkt ist das Ganze hier halt einfach nicht mehr zu halten. Na, dann haben wir halt ein echtes Problem. Was aber ein echter Vorteil an unserer Situation ist, das machen wir auch gleich, da gucken wir uns gleich mal hier um. Warte mal, ich bin gerade mal überlegen, ob ich den Typen hier überhaupt behalten will, weil der versteht sich jetzt schon nicht mit unserem lieben Liang. Naja, das können wir danach noch machen. Hauen wir jetzt erstmal die Kollegen hier weg. Am Anfang können wir das hier noch wunderbar delegieren. Das ist an und für sich gar kein Problem. Das hat nämlich CA jetzt, zumindest in der Version, die mir vorliegt, sehr, sehr schön gemacht, dass man jetzt hier nicht mehr alles so bockschwer am Anfang gleich hat, sondern gleich sich erstmal so ein bisschen etablieren kann. So, wir bekommen jetzt hier schon mal 10 Leidenschaft. Das ist so der Standard, den man so bekommt. Wenn wir jetzt allerdings gewinnen, also wenn wir jetzt einfach verteidigt hätten, dann hätten wir ein bisschen mehr bekommen. Aber in dem Fall ist es relativ irrelevant, weil wir nämlich hier angreifen müssen. So, wir bekamen jetzt die 5000 Kupfer. Nochmal 5 Leidenschaft, die uns jetzt hier gut geschrieben werden. Und wohlgemerkt, wir teilen genau denselben Balken mit den beiden KI-Fraktionen jetzt. Also wenn die was machen, steigt das ebenfalls. Wenn die nichts machen, dann müssen wir halt umso mehr machen. So, nächste Mission, ich soll jetzt hier Jö einnehmen. Das ist hier diese Ortschaft, das machen wir auch. Da kommen wir nochmal 5 Leidenschaft und dann neue Missionen. Ja, das machen wir easygoing rein mit uns. Auch das hier wird delegiert, ist gar kein Problem. Damit haben wir schon unsere erste Ortschaft jetzt hier schon mal eingenommen. So, typisch für die gelben Turbane ist allerdings, dass sie nicht einfach nur besetzen, sondern sie besetzen und helfen den Verwundeten. Das sorgt dafür, dass wir gleich von Anfang an schon eine 100, also komplette Fraktionsunterstützung bekommen. Das heißt also, dass die Ortschaft uns hier im Grunde, ja, willkommen heißt. Wir verlieren zwar am Anfang 20% Bevölkerung, aber haben sofort ein extrem fettes Wachstum. Wir könnten natürlich jetzt auch hier plündern und besetzen oder plündern und zurückziehen, aber in dem Fall ist das für uns relevant. Die gehört nun uns. So, genau. Also Jö gehört nun uns. Jetzt haben wir hier neue Fraktionen hier freigeschaltet und das Mandat des Himmels beginnt. Die korrupte Han-Dynastie verlor das Mandat des Himmels. Das Volk Chinas blickt nun auf euch, in der Hoffnung von der Tyrannei des kaiserlichen Hofs befreit zu werden. Schlagt gegen die Han zu, aber Vorsicht. Sie befähigen zahlreiche Kriegsherren und Armeen. Sie werden nicht tatenlos zusehen, während Anhänger des Himmels ihre Untertanen bekämpfen. Ja, der gelbe Himmel wird aufgehen. Und damit haben wir jetzt hier diese vier Missionen bekommen. Wir sollen einmal hier Taiwan, im Grunde die gesamte Komptorei einnehmen, um hier quasi an Werkzeugmacher und Eisenmini heranzukommen. Dann sollen wir die neue Hauptstadt im Grunde bauen. Sorgt dafür, dass ein folgendes Gebäude gebaut wird. Dann bekomme ich auch noch den Bonus auf Ingenieure. Dann sollen wir diese Fraktion hier zerstören. Also der Loser, den sollen wir zerstören. Entschuldigung. Und die Rebellen beschlagnahmen das Ackerland. Also wir sollen dann auch noch jetzt hier an Ping und Jö. Jö, haben wir ja jetzt gerade eben schon. An Ping wäre an der Stelle auch nicht schlecht. Aber wir sehen jetzt auf jeden Fall schon mal, dass unsere Brüder da zuschlagen werden. Also der gute Bao holt sich hier wahrscheinlich an Ping hier. und danach wahrscheinlich auch an Ping statt selber. So, das sind jetzt hier erstmal unsere Aufgaben. So, jetzt sind wir erstmal richtig im Spiel drin. Wir haben auch Unterstützung bekommen. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, was wir da alles bekommen haben. Das ist jedes Mal random. Das ist nicht mal wenig. Aber ich muss jetzt hier auch gleich nochmal ein paar Leute austauschen. So, kurzer Blick mal hier nochmal auf die Reformen, denn wir müssen ja auch forschen. Das ist hier im Mandate of Heaven oder im Mandat des Himmels wieder einmal anders, komplett anderer Tech-Tree. In dem Fall sind es vier voneinander unabhängige Tech-Trees, die natürlich auch wieder sehr, sehr schön hier in Szene gesetzt sind. Jeder der drei Brüder hat hier eine andere Startposition. Wir starten hier jetzt in diesem Bereich bei der Pflichtübung. Wir zahlen schon mal weniger Unterhalt für unsere Soldaten und können dann danach zum Beispiel jetzt hier die provinzielle Koordination machen, was uns dann in Schlachten ermöglicht, Öl und auch Holzpfähle und so weiter und so fort aufzustellen. Dann könnten wir hergehen und hier noch mehr Militärvorräte machen. Wir könnten aber auch hier neu anfangen und einfach sagen, hm, ich möchte so schnell wie möglich hier, keine Ahnung, Richtung General der fliegenden Steine gehen, also quasi Richtung Trebuchet und so weiter und so fort. Dafür müsste man halt quasi dann diesem Pfad dann gehen oder man geht hier den Handelsweg und er geht hier erstmal rein oder hier, wenn man in die Wirtschaft investieren möchte. Im Grunde ist es relativ egal. Ich werde jetzt persönlich erstmal schauen, wo wollen wir eigentlich hin. Jedes Mal, wenn wir das machen, bekommen wir auch Erleuchtung. Hier zum Beispiel 15 Stück. Ich forsche jetzt mal das da. Erleuchtung ist im Grunde die grundlegende Mechanik, wie wir hier aufsteigen. Momentan sind wir hier ergeben. Arbeiten daran ist ja, ausbalanciert zu werden. Das kennt ihr höchstwahrscheinlich schon von Free Kingdoms. Dann haben wir einfach mehr Armeen zur Verfügung, mehr Auftragsplätze für die Kommtoreien. Wir haben bessere diplomatische Beziehungen unter Umständen, mehr Nachschub und so weiter und so fort. Also da kommen einige Sachen dazu. Eventuell irgendwann mal sogar noch hier irgendwelche Jobs im Bereich Politik oder sowas. Eigentlich müsste man hier beim Hof irgendetwas haben. Ist auch jetzt gerade eben egal. Wir sehen auf jeden Fall, wir haben hier eine ganze Menge Leute, die hier gerade eben für uns hier zuständig sind oder zuerst mitmachen. Der hier, der muss dringend raus. Den hätte ich gerne getauscht. Ausgewähltes Gefolge wechseln. Jetzt will ich mal gerade eben mal gucken. Gibt es da irgendeinen, der... Ja, er hier, der Juhö. Juhö ist ein Gut, der mit uns klarkommt. So, also haben wir das gemacht. Das hat jetzt natürlich ein bisschen Geld gekostet, aber dadurch haben wir jetzt hier nicht von Anfang an irgendwelche Spiränzchen. So, hier ist übrigens unsere Tyrannenschlechter-Kavallerie, die halt wirklich sehr, sehr stark ist. Was auch wichtig zu sagen ist, es gibt überall durchgehend neue Einheiten. Also das Spiel unterscheidet sich schon ganz, ganz stark. Stellenweise, nicht vollständig, aber stellenweise von der anderen grundlegenden Spielversion. Willkommen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Möglichkeiten, eventuell noch mal reinzuschauen. Ich zeige euch gerade immer hier die Charaktere. Also er hat hier schon mal Weg des Krieges. Wir haben jetzt hier sehr, sehr gute Tankfähigkeiten. Wir sind dann sehr, sehr stark im Ausweichen. Hier können wir noch mal die Rüstung unseres eigenen Gefolges erhöhen. Hier verbessern wir noch mal die öffentliche Ordnung, die Einheitenmoral. Hier noch mal für uns selber Moral und Rüstung. In einem bestimmten Umkreis, 100 Meter um uns herum. Also von uns ausgehend geht allerdings erst los, wenn die Gesundheit unter 20% fällt. Und hier haben wir noch mal mehr Einkommen aus Landwirtschaft. Also Landwirtschaft ist für uns eigentlich eine der wichtigsten Sachen, denn wir sind ja schließlich eine der Armeen des Volkes. So, jetzt will ich gerade hier mal schauen. Einkommen aus Industrie. Da haben wir schon mal quasi eine bessere Unterstützung. Der bringt mehr Reserven fraktionsweit. Was ist das hier? Zufriedenheit und Instinkt. Ermöglicht Formation ausschwärmen. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil dann verhindern wir nämlich, dass wir hier zusammengeballert werden. Umständen. Was haben wir da noch Schönes? Das Steinschwein. So, er hier. Gucken wir mal, was wir da noch reinmachen wollen. Der lebt auch eher so von... Wir sehen, die meisten von denen leben halt echt aus Entschlossen von der Entschlossenheit. Bei ihm kann ich es momentan noch gar nicht so ganz richtig genau sagen. Der 31, der 23. Ihm gebe ich jetzt hier mal Steinschwein wegen der Zufriedenheit. Was ist das hier noch? Zufriedenheit bringt ihm das auch noch. Ja komm, dann ist er jetzt schon bei 33. Das wird sich noch ändern. Das geht noch von alleine hoch. Wichtig für uns zu wissen ist, unsere Charaktere sind alles andere als legendär. Das sind eigentlich so richtige Naps am Anfang. Können tatsächlich nicht so viel. So, also jetzt können wir uns mal hier die Ortschaft anschauen. Es macht durchaus Sinn, jetzt hier relativ schnell hier auf die große Ortschaft zu gehen. Dauert auch nicht lange, das zu machen. Könnte jetzt hier auch das Geld einsetzen. Du hast nur 1000 und dann haben wir quasi jetzt schon die große Ortschaft. Und dann gehe ich jetzt hier auf Bauernunterkünfte und verbessere damit jetzt hier schon mal quasi mein Einkommen. Gucken wir uns mal die Diplomatieren, damit wir uns mal darüber im Klaren sind, was das jetzt hier für uns bedeutet. Wir haben nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, zum Beispiel sich mit dem Kaiser zu verhandeln. Wir sind noch nicht wirklich mit ihm im Frieden, aber auch nicht so richtig mit ihm im Krieg. Wirklich diplomatisch aktiv werden. Hier nochmal ein weiteres Beispiel. Oder hier. Können wir nur mit unseren Brüdern haben. Willkommen, Freund. Also hier zum Beispiel mit Zhang Bao und mit Zhang Yue. Hier geht es mal auf Handel. Ihr seht, momentan kann ich nicht mit ihm handeln. Wir haben noch keine Handelsroute. Also muss ich mal gucken. Vielleicht ist es mit dem anderen Bruder möglich. Ne, ist es momentan auch nicht. Also momentan können wir da noch gar nichts machen. Und das wird auch so bleiben. Also es ist sehr, sehr eingeschränkt. Im Grunde ist das hier so eine Art simuliertes This is total war. Wir enden mal den Turn. Und man muss halt echt gucken, dass die anderen beiden Brüder am Leben bleiben. Und man hat die ganzen Gebiete erobert. Das einzig Gute ist bloß, dass die, ja, wie soll ich sagen, die anderen Fraktionen halt auch am Anfang ein bisschen passiv reagieren. Weil sie von diesem Ansturm oder dieser Rebellion halt einfach überrascht sind. So, Liu Hong hat Zhang Yue den Krieg erklärt. So, jetzt hat der Kaiser schon unserem Bruder den Krieg erklärt. Wir selber kümmern uns da jetzt erstmal gar nicht drum. Wir schlagen jetzt erstmal diese Armee hier. So, den klatschen wir jetzt einfach mal weg. Aber keine Sorge, ich werde auch noch Schlachten ausspielen. Bloß jetzt hier in der ersten Folge habe ich mir gedacht, ich zeige euch erstmal einfach mal so das grundlegende Spiel. So, und noch mehr Leidenschaft bekommen. Wir holen uns noch mehr Nachschub. Er ist leider entkommen bei der Aktion. Folgt eurem Herz. Und jetzt gucke ich mal, ob ich noch was rekrutieren kann. Fände ich eigentlich ganz gut. So, hier haben wir jetzt hier die Möglichkeit zwischen Pest und Cholera am Anfang. Wir haben am Anfang ja wirklich nur Bauern. Oder die sogenannte Speerträgerbande, die uns noch so ein bisschen so eine Defensive bringt. Ihr seht, der Unterschied ist frappierend. Im Unterhalten nicht so sehr. Man kann darüber streiten, ob das jetzt hier vielleicht die bessere Alternative wäre, um ein bisschen Geld zu sparen. Ich bin mir da momentan noch nicht so ganz sicher. So, er ermöglicht Ermutigen. Ermöglicht Feuerpfeile. Da sollten wir auf jeden Fall Bogenschützen reinnehmen. Er hat die passive Stärkung. Das heißt, er bekommt jetzt hier auf jeden Fall die Bogenschützen. Und ihr seht hier, die Wildere haben einen sehr, sehr geilen Vorteil. Die haben zwar weniger Munition. Dafür haben sie Vorhutaufstellung. Kosten aber ungefähr gleich viel. Ich nehme aber trotzdem jetzt erstmal hier die normalen. So, dann haben wir das jetzt hier erledigt. Und was machen wir hier noch rein? Was sind du hier für Vorteile? Die Moist momentan noch gar keine. Dann würde ich mal sagen, wir geben ihm jetzt hier diese zwei Speerträger. Und dann noch zwei davon. Dann haben wir nämlich die erste Fullstack schon mal. Und mit der Fullstack können wir dann versuchen, dann hier das Ackerland von Dieu einzunehmen. Nächste Runde. Ich habe es hier natürlich gerade eben ein bisschen Bewegung dadurch geopfert. Hätte vielleicht mich erst voll bewegen sollen und das dann andersrum machen. Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall da gleich nochmal hin. Und dann haben wir nämlich hier schon mal unsere erste Konturei fertig. So, wir marschieren da ein. Und auch das hier können wir jetzt einfach delegieren. Also ihr seht, die sind am Anfang halt auf uns echt nicht vorbereitet. Aber so leicht wie das jetzt wirkt, wird es nicht bleiben. Das könnt ihr mir glauben. Also das wird echt noch ein hartes Stück Brot werden. Sie hat großes Potenzial. So. Jetzt haben wir das hier. Haben die Konturei, können einen Auftrag starten. Jetzt bin ich mir überlegen, was wir für einen Auftrag starten wollen. Das ist ja schließlich auch jetzt hier Nahrung. Hier können wir öffentliche Ordnung reinklatschen, Handelseinfluss. Zieht neue Charaktere an. Brauchen wir gerade eben nicht so wirklich. Einkommen aus Seite. Stachelt das Volk an. Das ist das hier, wie ihr seht. Sorgt dafür, dass dann quasi die feindlichen Armeen Verschleiß bekommen. Aber ihr seht, dann wachsen, dann wandern auch die Leute ab. Also das ist mit Vorsicht zu genießen, was man hier macht. Und es reduziert auch die diplomatische Beziehungen mit dem Hanne-Kaiserreich. Was aber gegen später völlig egal sein wird. Wir machen jetzt mit dem Kollegen das da, würde ich sagen. Oder warte mal, ich gucke mir den Typen mal an. Kann ich mir den irgendwo anschauen? Ich glaube nicht so ohne weiteres. Aber er hat noch die beste Zufriedenheit. Also gut, du machst jetzt hier... Freiwillige einsetzen. Und damit machen wir jetzt hier ein bisschen mehr Nahrung. So, liebe Leute. Dann würde ich einfach mal sagen... Oh, cool, eine Tonrate bekommen. Wir machen beim nächsten Mal, das heißt morgen weiter. Aber wenn ihr auch noch mal ein bisschen Multiplayer-Action sehen wollt, mit Tante Günner und mir, dann solltet ihr jetzt gleich auf meinem Kanal umschalten. Denn jetzt beginnt damit quasi, ja, die Multiplayer-Runde, die wir genannt haben, Jungos Unchained. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und weise jetzt am Ende des Videos noch einmal darauf hin. Falls ihr euch den DLC günstiger holen wollt, dann holt ihn euch gerne über meinen Partnershop Gamesplanet mit dem Rabattcode Mörbmandat. Ist gültig bis zum 16.01. Also wenn das DLC released wird, spart ihr ordentlich was. Und wenn ihr das über meinen Affiliate-Link tut, dann bekomme ich auch noch eine kleine Provision dafür. Wenn ihr das tut, sage ich Dankeschön. Und in dem Sinne, macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.